So, liebe Leute, wenn man sich keinen echten Kürbis leisten kann, nehmen wir einfach ein bisschen Papier, ein bisschen Farbe, ein bisschen dreckiger aussieht. So, also alles mal irgendwie gemixt. Wenn man auch keinen sauberen Pinsel mehr hat, nimmt man einfach einen versauten Schwamm. So, dann nimmt man ein bisschen Klebewand. Ups. Also, wenn man ein Klebeband da hat, ist man schon mal halbwegs in der Upper Class angekommen. So. Ähm, ja. Lächeln oder nicht lächeln, nachgedacht. So. 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 So, yeah. Happy Pumpkin Halloween.